Herzlich Willkommen auf meinem neuen Muscle Duff ist erst mal heute spielen wir mal eine Runde Bad Boss auf dem Pixel Server ja ich würde sagen wir gehen gleich in die Lobby rein und machen dann bis gleich soo, jetzt sind wir im Game ja mein Teammate hey soo, jetzt müssen wir uns erst mal aus dem Game Fight um die Gegner zu besiegen ja Digga, die haben Muskel fast zerstört komplett ist zurück, Angriff Hau drauf Kollege, hau drauf kurz, jetzt gehe ich da mal hoch und dann hat mich der auch noch, verdammt wo ist der, jetzt habe ich Angriff Puh, sheesh, oder der war critical. Ich hoffe, dass die jetzt da wegrennen, nicht wegrennen selbst, damit ich in Ruhe stürmeln kann, dann abzudieren. Da eins. So, ich habe das gierige Bett noch abgeholt. So. Verdammt. Ja, ich bin mit Leck, Mann. Lack, Mann, mit mir. Also, Lack, Mann, ist mit mir. Gut, dann. Das ging schnell. Würde ich sagen, ab in die nächste Runde will das hinzuschlippen. Oh, ich habe Blinke, Mann. Blinke, Mann, ist cool. Ich bin mit Tonbauten, das ist besser, weil da muss der Gegner halt trotzdem noch aufwendermessig eine Spitze gekauft. Bin ich halt dann eben relativ cool. Mit Ton. Das kann man jetzt auch aufregeln. Das kann man auch aufregeln. Oder, wenn man das jetzt in der Ich hab' Ich hab' Was, was tut man, jemanden die ganze Zeit? Ah! oder sie bescheid ist keine ahnung wo ist der nächste gegner wo ich er hat er gar nicht durch entstein da drüben rausgehen ingriff wir gehen jetzt einfach mal locker flocke runter kopf ist das nicht schon scheiß ball ne meintest die bucke was bringt also dass ich die pokolen viel spaß dabei aber amt salamich verdammte hacke ja wurscht blöd glück laufen weiter getopft machen wir sagen mal so wenn wir noch die bessere richtung weil darauf was jetzt raus pro stunde die besetzung habe ich muss jetzt aber noch so Go, 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 go. So, jetzt gehen wir mal vorne irgendwie zur Seite hier runter vielleicht. So, jetzt gehen wir mal vorne. Jetzt hat man es ganz sicher, was ich so in den Aufnahmeparken gesehen habe. da fällt die feuer oder was vorbeigefallen ist ich glaube die feuer waren ich weiß aber nicht sind zumindest mehrere fahrzeuge nachdem sich gerade höher ich hoffe ich hätte es nicht zu stark in der aufnahme das hoffe ich jetzt mal also es gibt nicht man die gar nicht gleich sagen können mit zwei teams allgemein gibt wo ich mir einfach mal 2 kann ich mal ja wenn ich jetzt auch mal drauf weil anders kann ich jetzt eh nicht machen also drauf zu gehen eigentlich ich hab ja nächster Einsatzwagen was ich gerade höre wo ist denn der? hm vielleicht hinten er mir ja genau gerade entgegen ist ja relativ lustig gerade 5 großartig der letzte feind das ich habe hier entgegen rückzug die habe ich viel Einsatzwagen verfangs jetzt auch viel Einsatzwagen brauchen wir ich hoffe das ist nicht extrem schlimm aber es hört sich zu mir so an weil es so viel einsteigen da unten rum fahren das hier noch eher was schlimmeren ja mal so ja jetzt noch sogar noch so eine Serena verdammt was ist denn da los? nein der hat genau die Taktik gemacht was ich machen wollte verdammt aber egal was ist das mit dem Video? das war's mit das Video genau das war's mit dem Video ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dann bis da bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann